Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am Montag, den 22. April. Ich bin Tobi Bitter. Schön, dass ihr mit dabei seid. Am Wochenende ist ein beliebter Treffpunkt auf dem Gelände der Zeche Karl in Altenessen abgebrannt. Der Wolke-Container vom Maschinenhaus ist offenbar angezündet worden. Auf jeden Fall ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die 11-jährige Marlena hat den Container mitgestaltet. Als sie ihn abgebrannt gesehen hat, war sie traurig. Ich konnte nicht wirklich denken, ich habe das noch nicht wirklich gegriffen irgendwie, weil wieso macht man sowas? Also ich denke, wir können den zusammen, wenn wir alle zusammenarbeiten, wieder aufbauen. Und irgendwann haben wir hoffentlich dann wieder so einen schönen Kiosk, vielleicht sogar noch schöner, so wie er früher war. Im Maschinenhaus gibt es vor allem Theaterprojekte für Kinder und Jugendliche. In dem Container fanden bisher Workshops und kleinere Konzerte statt. Es wurde dort aber auch gegrillt, gespielt oder gefeiert. Ebenfalls ein viel diskutiertes Thema bei uns in Essen ist die Gesundheitsversorgung in den Stadtteilen. Nachdem zum Beispiel das St. Vinzenz Krankenhaus in Stoppenberg geschlossen wurde, ist Anfang diesem Monat das Gesundheitszentrum dort an den Start gegangen. In einer neuen stationären Einheit wurden bisher 20 Patienten behandelt. Geschäftsführer Robert Hildebrandt sagt, was als nächstes zu tun ist. Zum einen müssen wir ja die Belegungszahlen jetzt hochfahren langsam. Das Team muss sich dann natürlich auch bei einer größeren Belegung einspielen und einfinden. Darüber hinaus gibt es ja dann noch ganz viele weitere Schritte, die getätigt werden, bis das Gesundheitszentrum dann schlussendlich irgendwann mal hier vollumfänglich in Betrieb genommen ist. Es wird unter anderem noch einen Bereich für Operationen geben und es kommt auch noch ein Facharztzentrum dazu. Die Stadt Essen bereitet mehrere Baustellen bei uns vor. Im Nordviertel und in Bredeney zum Beispiel sollen Straßen neu gemacht werden. Teile der Katzenbruchstraße, der Stoppenberger Straße und der Zäunerstraße sollen zum Beispiel Flüsterasphalt bekommen. Es müssen auch die Abwasserleitungen und Gullis erneuert werden. Das kostet alles zusammen etwa 10 Millionen Euro. Am Mittwoch entscheidet dann der Rat darüber. Wir bleiben auf den Straßen bei uns in Essen, gehen jetzt aber nach Fischlaken. Denn wer aktuell zum Haus Scheppen möchte, der muss Geduld mitbringen oder eine Umleitung fahren. Die Straße Pörting 7 ist bis zum Haus Scheppen aktuell komplett gesperrt. Auch hier wird die Straße saniert. Die Arbeiten dort sollen mindestens zwei Wochen dauern. Bei schlechtem Wetter könnte es sogar noch länger sein. Eine entsprechende Umleitung ist für euch aber ausgeschildert. Rot-Weißen darf weiter vom Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga träumen. Denn am Wochenende gab es einen 2-0-Erfolg bei Waldhof Mannheim. Die Rot-Weißen bleiben damit nah dran am Relegationsplatz. Torschütze Torben Müsel will aber noch nicht über einen möglichen Aufstieg sprechen. Es ist noch alles offen, sagen wir es mal so. Wir versuchen einfach von Spiel zu Spiel zu schauen. Es bringt uns jetzt auch nicht viel, auf die Tabelle zu gucken. Wenn wir von den restlichen Spielen alle verlieren, dann bringt uns die Tabelle auch nichts. Für die Rot-Weißen steht am Mittwoch schon das nächste Spiel an, das Nachholspiel in Saarbrücken. Dann gibt es noch gute Nachrichten vom Weltkulturerbe Zollverein. Das Industriedenkmal soll komplett klimaneutral werden. Bis 2030 sollen mehr erneuerbare Energien genutzt werden. Zum Beispiel könnte das teilweise 35 Grad warme Grubenwasser für die Heizung genutzt werden. Auch Wärmepumpen können zum Einsatz kommen. Dafür werden aktuell passende Standorte auf dem Zollverein-Gelände gesucht. Und was war überregional wichtig? Wegen Spionageverdacht hat die Bundesanwaltschaft drei Deutsche festnehmen lassen. Sie sollen in Deutschland Informationen über Militärtechnik beschafft haben, um sie dann an den chinesischen Geheimdienst weiterzugeben. Dabei handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen früh kann es teils frostig werden, auch bei uns in Essen. Aber auch die Sonne ist mit dabei. Ab dem Vormittag kommen dann neue Wolken zu uns nach Essen. Die haben dann auch teilweise Regen mit dabei. Das Ganze dann morgen bei maximal 8 bis 10 Grad. Soweit aktuell alles Wichtige hier bei uns aus Essen. Noch mehr Nachrichten und auch gute Nachrichten findet ihr, wie immer, zum Nachlesen auf radioessen.de. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend. Macht's gut! Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radioessen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.